Ja, da sind wir oben. Ich bin ganz oben, Mock. Ich bin ganz oben. Oh, da hinten ist noch so ein hoher Berg. Das ist nicht mehr weit. Was denn? Ich fliege. Warte mal auf. Zu dem anderen Berg eben. Setsuna! Hey, herzlich willkommen. Warte auf mich. Ja, ich warte doch. Lass mich mal aufladen. Was klebt hier? Vielleicht kommt wieder irgendjemand mit Kupi 2013. Irgendwas klebt hier. So, ready? Ready? Ready. Kuss mal wieder richtig hindrehen und genau drauf los. Und zwar da. Wuh! Nach rot und blau kam kein gutes Pokémon mehr. So. Nach rot und blau? Ja, Crystal über großer Silber. Nach Gold und Silber kam nichts besseres mehr. Ich frag mich manchmal, was wir für ein Publikum haben. Das stimmt. Kurze Kurve. Hier, Mock. Ja. Das schaff ich nicht. Nee, du schaffst es nicht. Ich werde es das nicht schaffen. Du schaffst es, Mock. Halt durch! Ich kann noch ein bisschen Stabilität her. Ich hab's geschaut. Ja, hab ich gesehen. Wo bist du denn hin? Hier hin. Wo bist du? Okay, wir sind doch wieder da. Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Das haben wir früher. Guck, da waren wir jetzt sieben oder acht. Ja, genau. Da haben wir geschmiert, dass der Boden Lava ist. Das hat irgendwie den Boden berührt. Nee, das kennt jeder eigentlich. Mock, hier, du bist auf der Tanne. Das hab ich nicht. Ich bin sogar auf der Spitze gelandet. Mock ist vorgegen gecrasht. Ich kletter hoch. Oh. 22, aber geistig wie eine Quote, ja. Das gibt dann 20 und 30 noch viel schlimmer. Manchmal. Death TV Polly, herzlich willkommen. Mock wieder unten gegen. Nein, gegen aber fast. Ach, ich laufe jetzt hier. Tomos Biet, Tomos Biet. Scheiß drauf, hier sind 11. Alles fertig machen. Hast du getötet? Nee, noch nicht ganz. Der war nicht ganz voll aufgeladen. Hol dir die Kohle. Schicki wird wohl ewig Level 5 bleiben. Irgendwie ist er von Anfang an Level 5. Wir sind noch nicht aufgestiegen. So, oh, da oben ist es schon. Mock. Auf dem Berg da oben. Irgendwo. Und da hinlaufen. Hier. Hast du irgendwie gesessen? Ach, Lemon, bitte. Oh, der hat aber ganz schön geknallt gerade. Oh, da war irgendwas Adelskoppenschulter. Oh, nimmst du mir einfach alles weg. Einfach so. An die Buja, moin. 100 Gold in die Kubikasse. Wo ist der Typ? Oh, oh, T-Rocks. Oh, das kenne ich, dieses Gefühl. Was denn? Er sagte, wer läuft heute sonst noch, heutzutage sonst noch, den Boden entlang und versucht nicht, die Rillen zu treffen bei dem, bei so. Das stimmt. Das stimmt. Dieses Gefühl. Das ist das Gefühl. Oh, Gott, was ist das denn? Guck mal, das ist der Monster-Oga. Den müssen wir töten? Malung, das ist er. Oh, ich bin mal gefallen. Oh. Das ist er? Ja, das ist er. Also nächstes Ziel. Monster Hunter. Der Rotsnader, was ist das denn hier? Was kämpft da jemand? Raccoon. Raccoon? Hast du ihn umgehauen? Ich habe ihn defeated. Okay. Bist du oben auf dem Berg? Ja, ja, ich bin auf dem Berg. Ich habe mich hingelegt, es ist einfachmäßig. Ach. Kann ich kurz essen was? Es ist The Rocks. Okay, cool. So. Es ist soweit. Ein Troll ist das. Ich habe den Alkohol. Ich muss sie eigentlich haben. Ja, ich habe sie. Oh, er macht Arschbombe. Morg, du sollst dich beeilen. Du sollst abhauen damit. Genau, und schön trinken. Ich habe ihn gestunt. Genau, trink dich, heil dich erstmal. Trink dich, trink dich. So hinter mir her. Ja, natürlich. Du sollst abhauen. Ja, natürlich. Du sollst abhauen. Du läufst ein ganz schönes Stück weit weg. Babababam. Wir hatten auch eben gerade mich fast defiledet, Alter. Ja, ja. Das Problem ist, äh. Oh, er ist wieder gestunt. Du hast Argo. Ich habe Argo. Ich habe Argo. Aua. Ich bin ein Idiot. Warte, ich lege mich mal hier unten irgendwo hin, okay? Oh. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich treffe ihn nicht. Okay. Habe ich gelaufen? Damage. Du hast einen Riesen-Coiler am Start. Hup. Ja. Dann kriegst du die ja. Ich treffe ihn aber relativ schlecht. Gestand. Er hat irgendwas ganz schön ganz schön hingehauen. Das sieht gerade so aus. Ach, Shiggy. Okay, okay. Schaffen wir, schaffen wir. Ja, nicht nur, indem ich ihn die ganze Zeit angucke und immer genau in dem Moment rolle. Er macht irgendwas Hartes. Er lässt die Erde beben. Ich habe mich gestunt. Ich habe Argo. Hau mal in meine Richtung. Ich habe die Argo nicht gekriegt. In Ordnung. Kipp ausmachen. Oh, oh, ich habe mich halt verpasst. Oh yeah, defeat the Troll. Was hat er gedroppt? Oh, warte. Was? Ja, warte. Okay, hier ist ein Handmade Iron Armor. Mock hier auch Handmade Iron Great Axe. 17. Meine macht 19. Kannst du eigentlich nehmen, wenn du willst verkaufen. Okay. Und? Und Geld. Ja, und Geld. Okay. Und ich habe Level abgehaut. Riding. Riding. Ich auch. Ich habe Riding jetzt. Jo, Riding habe ich jetzt auch schneller gemacht. Kann ich Riding? Nee, ich gehe nicht. Wie viel ride ich? Mit R. Das müsste die Option kommen, wenn das gehen würde über dein Pad. Ja, wie schick. Oh nein, ich kann auch Flecky nicht rein. Wie schnell ich bin. Ich muss mal zum Trainer irgendwann. Dann muss ich das mal Neues gehen. Ha, wie schnell. Schön, dass du schnell bist. Bin ich halt nicht. Okay. So. Jetzt erkunden wir mal. Oh, wo komme ich mir jetzt hier hin? Vielleicht hier ist auch Stufe 11 geblieben. Da hinten ist ein anderes Biom. Lass mal da erkunden. Und so an den Start zum nächsten Start. Komm mit. Wie lang? Bist du nicht so schnell wie ich vielleicht? Shigi hat ganz schön Speed drauf. Mindgear, Nike und Jack Slycer. Herzlich willkommen zurück. Ich bin nicht so schnell wie du. Shigi, komm mir auch. Ich muss mir auch ein Reittier holen. Ja, musst du dir wohl ein Reittier holen. Wenn du diesen Snoutkäfer siehst, sag Bescheid. Nö. Wie nö? Nur weil du jetzt ein Neidisch bist oder was? Den kann er nämlich als Reittier. Den kannst du nicht rein. Doch kannst du wirklich. Ja, willst du lieber das Heilvieh haben? Das ist doch viel klüger. Ja, dann zwitschig aber auch wenn ich rein will rein. Ach, hör doch auf mit so einem Unfug. Bist du jetzt auch wieder hier? Ich reite schon nicht mehr. Ich bin doch schon da. Um nicht weiter deinen Neid zu provozieren. Das ist dann eher Starmade, genau. Oh cool. Da fliegen wir nicht. Cool. Oh nein, ich habe diesen Bug benutzt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Oh fuck. Tot. Oh mein ey. Okay, aber ich bin hier schon wieder relativ, relativ nah dran. Schiggy, wo bist du denn? Mein Schiggy, wo bist du denn? Ich habe einen Terrier. Tod. Schiggy, ich brauche dich zum Reiten. Der Tod war bloß. Oh, wo ist denn? Ist das eine Hülle? Genau. Aber es ist gut. Das stimmt wohl von Kur. Das stimmt wohl. Dann ist ein neues Apache jetzt rausgekommen von Kur. Auf dem Server ist schon drauf alles. Oh, ich bin Oga. Sie sind mittlerweile orange. Ich habe doch keine Hülle, Schade. Nee, leider nicht. Über den Shop kann man leider kein Cube World kaufen. Also über den Shop, der gerade verlinkt wurde. Leider nicht. Über den offiziellen? Eigentlich schon. Auch der hat aber in den letzten Tagen richtig Probleme. Ach so. Okay, okay. Der geht wieder. Ja, Onigam. Bye, bye. Tschüss. Tschüss, Onigam. Tschüss, Aniglieb. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Schiggy ist immer noch nicht ganz wieder da. Tschüss. Wo bist du denn? So, ich bin vor dir sogar. Ja, guck. Wenn wir mal die Richtung ändern, kann man auch schnell vor allem sein. Wie schnell die Schildkröte schon mittlerweile ist. Vor allem eine Schildkröte. Kommt zu dir in deine Richtung. Bin viel schneller. Zwiebel, herzlich willkommen. Ne, im Moment noch nicht. Ich denke aber, da kommt noch einer auf jeden Fall. Muss ja. Musik gehört zum Game. Also es gibt auf jeden Fall eine Lautstärke. Ich glaube, diese gefunden. Kommt zu mir. Echt? Jo. Okay. Nice. Dann muss ich Schiggy in Rente schicken. Schiggy, komm her, ich will dich rein. Gib Gas. Ja. Bin jetzt bei dir gleich. Schiggy ist aufgestiegen sogar mit Level 6. Was wird leider nicht ausreichen, Umi. Willst du denn vielleicht hierher? Ne, du willst dich heiler behalten, ne? Klar. Okay, nice. Man muss das Maupen skillen. Man kann sich schnell, du solltest dich daheilen. Da ist da eine andere Probe. Hier, warte. Lolly war das, ne? Lolly! Wo sind die denn? Hier rechts, genau. Da, rechts, rechts, rechts. Oh, diese hellblauen? Okay. Das sind Snowt, bitte. Da ist der Einzelne. Hier. Kommt hin her, mein Schatzi. Level 17 ist der. Feuer! Hab ich ein Fernkampf-Vieh. Der rollt auch. Ha! Und ich kann nicht rein. Und was für ein dicker Käfer das ist. Guck mal. Ha! Der kann schießen. Der kann schießen. Okay. Namepad. Äh. Äh. Den nenne ich, äh, Pyro. Pyro. Das ist Pyro jetzt. Yo! So, wir müssen jetzt von hier fast genau südlich. Boah, das ist aber ein dicker Körper hier. Komm, so ein... Ah, nee, da habe ich sonst gut Bullen wollen wir nicht. Achso, warte mal. Ich muss mal warten, das zuhören. Du kommst jetzt noch nicht hinterher, weil du abgeladen bist. Du hast einen Bullen. Du hast einen Bullen hinten dran. Das ist mein neues Pad. Das ist nicht dein neues Pad. Fliegen kann er nicht, ne? Der läuft aber unter dir. Und so ein Käfer hast du auch irgendwie noch dran. Oh, ja, weil... Für und wie sein Käfer. Okay. Berg hoch. Jo, jo. Ganz hoch? Ganz hoch. Na, schicke ich, wieso nicht dieser Samen? Warte mal kurz. Schau mal was. Was fährt? Ja, kannst du auch tählen. Weiß ich nicht mit was. Oh, ich glaube, das ist doch wie ein Ort da. Lass mal kurz im Südöstlich gucken. Genau. Mayuki, Mensch, herzlich willkommen zurück. Na klar, nee, schon wieder, schon wieder. Wir haben eine Pause gemacht. Und seit, ähm, 55 Minuten schon wieder. Oh mein Gott, das ist ja ganz schön. Was? Nee, doch nicht Quatsch. Seit 25 Minuten. Ich hab seit 15 Minuten nicht zu jemanden. Fast verarscht, ne? Fast verarscht. Da ist wieder eine Burg. Dungeon. Sind die wieder die gleiche scheiß Burg? Ah, okay, Funk. Nee, klar. Die endende Frage ist. Hau raus. Das ist ein Ziel in dem Spiel, nö. Open World. Einfach Unfug treiben. Stärker werden. Mehr, größere Monster besiegen. Krämpfen, 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 krämpfen. Reads of Coco. Nein, ich hab ein PCF-Card kaufen. Nee, Moment, leider nicht. Nur über Paypal. Soweit ich weiß. Das ist ein Monster. Ja, so ein paar Korn links. Weiße Schrift haben. Oh, das ist ein Haare für. Ja, ich hab ihn nicht.